Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Together Summoner. Ich bin Summoner Gameplays und bei mir ist Gnarrt und Schaap und ein Schwarzbild. Welche Ebene muss ich noch, ne? Du musst in den Golem und in die Ebene 2 von 4. Also in das, was er halt anzeigt. Stell dir vor, wenn ich zum Golem muss, weiß ich sogar. Nee, Schaap, warte mal. Ich hab ein Samu gefunden und ein Axel. Muss ich zu Oberes oder zur Ebene? Äh, Oberes, glaub ich. Oh. Warte, ich guck auf der Karte, ob du in der richtigen Ebene bist. Nee. 2 von 4. Nope. Au. Dann musst du in 1 weiter runter. Au. In Ebene. Okay, dann musst du zu uns rauskommen. Was könnt ihr eigentlich? Achso, und du wirst noch Samu mitbringen, glaub ich. Au. Ich bin Schneefi. Die machen mir mehr Damage, als du mich heilen kannst, beeil dich. Ja, das hat leider nichts. Aber ich kann mich gleich wiederbilden, oder? Super. Ich glaube, ich habe einen Support. Meine Erfahrungspunkte. Die gehen nicht flöten durch die Wiederbelebung. Auch wenn du neustadt drückst. Ähm, wie gesagt, draußen habt ihr gedacht, oder? Ja, genau. Wo genau draußen? Draußen draußen. Ja, eigentlich. Ah, ich sehe was. Das Ding beduchen wir. Geil. Noch ein Axel da. Ja, das machen wir irgendwo. Ist dann nicht schon schwer genug, oder so? Achso, oh, ich schab gerade noch die ja immer noch. Oh! Oh! Ich würde dir gerne helfen, aber... Oh! 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 Du bist ein Balleder! Oh! Ich bin dabei. Oh! Da ist ein Haufenstarbe. Ich muss was auf Eis legen. Oh! Ah! Okay. Ich habe versucht. Oh! Oh, корotus. ich muss man dort ein Schneesturm hinbeziehen. Schneesturm und Flammbargel, meinetwegen. Ist mir wurscht. Du bist fort. Ja, eben. Und er auch nicht. Deswegen sollst sie ihren Feuerhahn drauf nehmen. Cool down! Nein! Ich komm hier nicht mal weg! Wie soll ich denn überlegen? Nein! Alle können Leuchttattrücken. Alle? Mann, oh! Meine EXP! Scharp, komm mal zu mir. Scharp'n Samu. Ich weiß nicht mal gleich, wo ich hin muss. Moment! Okay, die zwei sind auf dem Weg weg. So, dann möchte ich die anderen zwei Hanebomben dann auch noch mit dazu ziehen. Oh oh! Ja, er bringt neue Begrüß mit. Ich geh extra von außen rum. Schon mal was für Observation gehört. Erst gucken, dann laufen. Was finde ich? Observation. Hätte er es nicht erklärt, hätte ich das aber auch gefragt. Erst beobachten und dann laufen. Leute, macht mich nicht fertig. Also erst halten und dann achten. Wo seid ihr? Da wo die Zahlen sind. Ich sehe keine Zahlen. Ich sehe dich. So! Der Heiler ist tot. Drum wieder. Ja! Was ist das denn? Was war das? Magie! Da ging ich nicht gut! Ey! Kollege! Ich war ein Feuer! Aber der Samu wird verflucht! Ja, danke! Der will mich auch nur tot sehen! Geil! Danke! Du hast gerade eben erfolgreich den Heiler verschwunden! Ich kann das aber auch wieder entspannen! Du hast einen nutzlosen Charakter noch nutzloser gemacht! Fühl dich stolz! Jetzt müssen wir nur noch die Gegner töten, die Cool Guy Hart angetriggert wird! Also keiner! Ich habe niemand... Achso! Ich habe Cool Guy Hart gesagt! Ja, ja! Ja! Ich habe es gerade noch so gemerkt! Das hat ja nicht einfach so stimmt, ey! Ich komme nicht drauf vor! Ich hätte auch einen Schneesturm sein können, wenn wir uns tot bleiben! Schön! Seit dessen verpüttelst du mich ab! Geil! Hat beides vor und nachgekommen! Lassst du es mir weg? Nein! Die schreie ich doch gar nicht! Hast du doch gerade! Jetzt tust du es drauf! 1... 1... 2... Kann ich jetzt auch mal wieder abpratzen? Ja, guck mal! Pratz ab! Ja, was denn? Hier liegen schon so viele Baumstimme! Wir fallen um, du! Zu faul! Schöre Ritten! Oh, hi! Da ist noch ein Samu! Oh! Eisenhandschuhe! Warte! Eisenhandschuhe! Die kann der Magier auch tragen! Echt? Hast du... Hast du... Was für Handschuhe hast du? Portsblitz! Äh... Warte, 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 warte! Gar keine! Oha! Oha! Kann ich wohl nicht immer so schnell verrecken! Eva Eisenhandschuhe! Weniger Grunzen mehr kämpfen, Leute! Wenn ich Level 10 bin, kommt die größere Power! Wieso? Weil dann kommt eine neue Kreatur! Oha! Ich hab Handschuhe gefunden! Ja, hab ich gefunden! Wicht du rutscht! Die ganze Stück wirkschochter...! Du bin bei der Sharp hier! Ich glaube, hast du doch vollstatt schon der Schande liegt! Nein! Der lebt noch! Oder Sharp? Noch, ja! Au! Wunderbar! In dem Moment, wo ich das sage, krieg ich einen auf die Blocke, oder? Au! Ich würde ja sagen... Karma! Aber ist nicht echt. Kammer mag mich nicht. Kacke ihn ab. Und dann ist er. Und auch nicht. Oh, aber ich. Tschüss. Gute. Können wir dann? Wir können weiter gerade aussehen. Wir warten nur auf dich. Willkommen in Elie. Und da ist schon ein Samu. Ganz erfolgreich ignoriert. Der läuft an mir hier vorne. Tür. Tür? Axtsoldat. Links, rechts? Ja, links ist doch schon mal. Axtsoldat, wo? Da, wo ich auf die Schnauze krieg. Axtsoldat. Also ohne. Da ist ja nicht so. Axtsoldat. Ne? Axtsoldat. 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 Echt? Da geht es jetzt nicht mehr. Und kann den ja nicht verrecken lassen wenn Stimmt, es macht ja mehr Ärger als es in der Welt ist. Oh, wie klappt es? Wo es hätten? Nö. Kennt sich aber bei mir am Anfang einfach. Ich kannte mal ein anderes Spiel, der auch mit Ketten gearbeitet hat, aber da war es deutlich einfacher als hier. Also es warten dann auf zwei Samus einfach. Du hast jetzt schon wieder von einem Scheiß-Beatmen. Gar nicht. Nein. Dann erklären wir mal, bevor dein Elementarus flügt und mit dem Samus floppt. Es hat ein Eigenleben, das habe ich doch gesagt. Okay. Jetzt schon. Uh, simultaner Feierfall. Weil wir ganz gut sind. Aber siehst du, ja, klappt das doch sonst gut. Und da wurde schon ein Abschluss. Wir können weiter. In zwei Samus reinziehen. Nee, wir können verrecken. Du bist voll positiv gelaunt, kann das sein? Nein, ich bin müde. Wie, das geht? Ja. Du zauberst da hin. In die Wolke. Du schießt bei mir nach da hinten. Nach da hinten. Da kam sogar an. Äh? Und hat sogar Schaden bekommen. Scheiße, Mann. Kommt der jetzt? Ja, der kommt hier echt vorbeigeflucht. Ich bin ein Selbstfehler wie ich. Okay. Da haben wir mal wieder was Neues gelernt, Freunde. Was zum Henker? Meine Wolke kann Energie stoßen. Ganz schön. Ja, damit macht Schaden jetzt mal Schaden. Uh, ganz schön. Und der Rest von uns? Nicht. Ihr seid Magier. Ihr braucht keinen Schaden. Den habt ihr so gut schon. Also ist er, streng genommen, kein Magier. Ich kann alles. Du bist halt ein elender Cheater. Du kannst halt alles außer überleben. Kann das sein? Ja. Ja. Das ist richtig. Jetzt haben wir auch noch die Scheiß-Wolke-Gegener. Ich kratze gleich. Du siehst schon, wer verreckt. Wo ist denn die Lebensleiste von Claudi? Oh, hat sie ledig. Und du hast ein Level-Up übrigens. Wie? Wat? Echt jetzt? Geil. Der Kollege da drinnen kann ja nur verreckt. Extra, ne? Ne? Wieder auf Extra, ne? Ja. Aber ich finde gleich freilig. Echt? Ja. Ja. Ich bin gerade zu dir, zu ich nicht da verrecken. Moment, ich bin die eigentlich richtig? Ja, ja. Oh, okay. Du seitdem. Vorne beim Samu. Du bist, beim Samu. Wo auch du mir der jetzt hinlässt. Ah, da ist er da. Der geht die wahrscheinlichsten Keks backen. Kannst du hier helfen? Sofern ich... Mister, ich kann alles so verreckt haben. Besser als Mister kann nichts so verreckt trotzdem. Ich muss ja nicht angesprochen fühlen. Wieso? Weißt du was? Ja, überleben. Sicher? War länger als der Heiler. Ist ja keine Kunst. Ich hab schon in drei Mal... Also wenn mich meine Mathematik nicht in den Stich lässt, habe ich fast dreimal so viel HP gesucht. Okay, wie hoch ist dein Rest? Mein was? Die Rüstung. Schutz. Ähm... Schutz? Schutz? Wo haben wir denn den? 70. Ich hab 82. Ich hab 62. Wieso hab ich... Wieso hab ich als Tank weniger Schuss? Keine Ahnung. Ich muss denn an den Golem laufen und nach unten. Unterriff. Aber quasi da wo ich herkomme. Genau, weil hier unten ein gelber Sand Minotaurus auf uns wartet. Oh ja. Der ist deutlich. Und dann auch schon ein Feuerschlag. Ich glaube jetzt aber... Sind wir hier schon richtig? Ich weiß nicht. Ich weiß das gar nicht. Ja, irgendeine Abbiegungsführung. Aber ich weiß nicht welche. Okay. Okay. Ich hab's gerade in die Wolken geklischt. Aber der Kaffstbus ist nicht durchgekommen. Wir haben es trocken? Dann geht's nicht. Hey! Ja, ich bin... Warte, ich bin... Ich bin heilig. Gratulation. Ja, und ich nicht. Ich brauch noch ein paar Hundert. Ihr wisst aber was das heißt. Zum einen kann ich jetzt vollständig wiederbeleben. Bin ich hier richtig? Und zum anderen... Ja, nö, nö. Komm zu mir. Wo bist du denn? Hier. Oh! Er kann die Feuerwand. Er kann die Feuerwand. Ja. Ja. Das wird lustig. Wo müssen wir hin? Ich kann Samu kaputt machen, damit ich mein Level abhabe auf einen neuen Hoji beschwören kann. Wo bist du denn? Der steht hier direkt vor mir. Aber ich seh keinen Samu. Ich auch nicht. Ich hab's hier. Ah, da ist er. Bleibt mal stehen. Ich hab die Zeit nicht vergessen. Egal. Mal gucken, ob das was geklappt ist. Die Jungs, bleibt mal stehen. Wir sehen uns also hier gleich wieder. Wenn es wieder heißt, let's play together Summoner. Ich bin Summoner Gameplays. Und wenn wir's... Und ciao. Bis gleich.